Test, Test, Mic Check, Georg, ich steppe kurz ins Battle, um euch allen zu sagen, dass du ein riesengroßer Spasti bist. Du sitzt allein in deinem Zimmer, ja, glaub ich dir, wir werden als Sieger aus dem Battle wieder rausspazieren. Was hast du für Masterplan, du bist ein Hund wie Rand am Plan, greierst auf den Beat, Pick und kaufst mit so ner Scheiße an. Das ist kein Beat, das ist nur Western-Scheiß, du bist nicht gut, du kannst in der Welt unterhaltig sein. Trotz unserer Mische werden wir dich jetzt zerstören, nicht mehr Willi will wissen, wie sich dein schlechter Rapmann hört. Er ist entpöhrt, er sieht keinen, der an ihn rankommt, dann nimm die Haare vom Gesicht, das ist nicht Punkrock. Du bist Standard und nicht mehr, seit wir kennen deine Videos, hat mein Tinnitus seinen Wert. Jetzt machst du auch noch Videos mit Highlight-Runden, mit der Hoffnung, jemand wird auf deine Scheiße punkten. Das kannst du vergessen mit deinem BRB-Behinderten-Rap, du hast schon über 10 Battles und bist immer noch wack. Der Beat ist Scheiße, dein Beat, Freak, Waffe, Arsch und bist geisteskrank, wenn du denkst, dass das knallt. Dachte erst, der trägt die Maske, weil er sich so schämt, doch langsam glaub ich, dass der Bastard echt dahinter steht. Der Beat ist Scheiße, dein Beat, Freak, Waffe, Arsch und bist geisteskrank, wenn du denkst, dass das knallt. Du hast verloren, jetzt schlägt dich die Qualität, haben die Hände am Revolver, für den Rückzug ist zu spät. Glaubst du ehrlich, dass das Battle für dich gut ausgeht? Du bist so wack, dass sogar Ichi halbwegs gut aussieht. Du willst uns besiegen, besieg erst mal die Pubertät, um dich zu schlagen reicht ne miese Qualität. Denn du reichst den größten Scheiß mit deiner Quali ein, im Hintergrund dein Vater, nur wie kann man so behindert sein? Zeig dein hässliches Gesicht und nimm die Maske ab. Du schalt Punches an die Wand, wir schreiben Punches an dein Grab. Du brauchst Hilfe für ein Video aus dem Kinderzimmer, bleib in deinem Bunker, die Frisur wird doch nur immer schlimmer. Lass dir von den Nerds mal was erzählen, wir sind gekommen, um zu bleiben, du gekommen, um zu gehen. Das ist mein YouTube-Brübert George.